Hallo Hallo Die letzten Personen schliessen und dann nehmen wir los! Hongkong 5 Stunden später weil es die Deutsche ist 5 Stunden ist noch pünktlich bei der Deutschen Ich saß, ich wollte mal nach Stuttgart fahren, da saß ich acht Stunden bei mir am Bahnhoffest. Ja, wir auch schon. Hey, okidoki, na komm, bevor wir da... Ach, jetzt sind wir schon gestartet. Doch, Mann, egal, komm wir machen, ich probiere, dann kriege ich drauf, jetzt sage ich ganz schnell. So, Achtung, willst du nicht beim Aachen rausfallen, ne? Wo muss ich beim Aachen rausfahren? Dann bitte auch ein paar Sachen beim Aachen. Hey, come on, come on, come on, come on, come on! Alles klar, jetzt ist der Gentleman, wie er vor mir erwartet, darf er laut, Herr und Herr, Jürgen, wir bringen, wir machen an. Sagt, du ist Geist, du ist Geist, du bist ein Litt, du bist ein Litt, du bist ein Litt, du bist ein Litt! Hey, come on, come on, so, und da sind wir wieder unseren 80 Meter und so, hey, hey, voll schön, ne? Ist das nicht nice? Ich glaub, die hier können das jetzt nur top mit Chorlbier, ne? So, auf geht's! So, guck mal, da machen wir die ganzen Spass da oben. Ist hier schnell an, dann haben wir nur ein bisschen, ne? Die Haare, als ob ich sonst anfangen zu schreien, das wollen wir ja alle nicht, sonst erschreckt sich da oben. So, komm, da machen wir's mal ein bisschen. Komm, da holen wir den Jungen, den Justin Bieber wieder aus einer Holzkiste raus und machen ein bisschen Stimmung. Let's get ready! Woohoo! Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Yeah! Come on, come on, come on! So, da sind wir mit unseren 80 Meter. Ja, jawoll! Was eine Aussicht, was ein Flug, meine Damen und Herren! Das macht Spaß hier, das mag Laune! Around the world, ich sieg's halt das höchste, das schönste, das schnellste, Tritratrona, Chaos, Sättchen der Welt hier! Im mobilen Bereich, meine Damen und Herren, mittlerweile schon Tradition auf den Knaben schießen. Voll schön, voll toll, jawoll! Komm, 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 komm! So komm, wir landen! Neue Runde, neue Reise! Ooooooh! Schatzschat! Wir landen, landen, landen! Ja... Neue Runde, ne? Ja, aber die anderen wollen ja auch mal. Vor allem denkt sich jederzeit an Goldboards. Mir ist das Ende. Ja, endlich wieder Boden unter den Füßen. So, ne neue Runde, neue Reise, meine Damen und Herren. Ihr habt's geschafft, ihr habt's gepackt, wir landet's, wir landet's, wir landet's, wir landet's. Ready, 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 dig to the base. So, Touchdown, neue Runde, auf geht's. Die Sicherheitsrunde und Bühne können dann ab jetzt geöffnet werden, bitteschön.